Auf dem Waldweg nach Vrindavan Chaitanya Charit Amrita Madhya Lila 17.2-78 17.3-82 Als die Nachregenzeit herankam, setzte sich Prabhu mit Ramananda und Svarupa zur einsamen Beratung nieder. Wenn ihr beide mir helft, dann werde ich Vrindavan sehen können. Ich werde in der Nacht aufstehen und auf dem Waldweg gehen, allein, ohne irgendjemand mitzunehmen. Wenn nicht jemand sieht, dann werden alle nachlaufen wollen. Ihr müsst sie zurückhalten, damit niemand nachfolgt. Wenn ihr zufrieden seid und mir zu gehen erlaubt und nicht traurig seid, dann wird die Freude von euch allen meine Freude auf dem Wege sein. Die beiden stimmten zu, bitten ihn aber, einen edlen Brahmanen mitzunehmen, um Speise erbetteln und den Wassertopf zu tragen. Prabhu sagt, Ich will keinen meiner eigenen Leute mitnehmen, weil dann die anderen traurig sind. Es soll ein neuer sein, dessen Geist zart und beweglich ist. Svarupa empfiehl, Balabhadra, Bhattacharya mitzunehmen. Einen gelehrten, edlen Mann mit liebenswertem Charakter, der alle heiligen Städten sehen möchte. In seiner Begleitung ist ein Brahmanendiener, der auf dem Wege dienen kann. Und der Bhattacharya wird das Essen einsammeln. Prabhu stimmt zu. Vor Beginn der Nacht, zur Zeit des Vairochvins im Tempel, holt er die Erlaubnis Jagannaths ein, steht gegen Ende der Nacht auf und geht im Verborgenen fort. Prabhu geht im einsamen Wald, singt den Namen Krishnas. Elefanten, Eber und Nashörner kommen in Rudeln herbei. In seiner Versunkenheit geht Prabhu mittendurch sie hindurch. Bhattacharya, der Begleiter, fürchtet sich sehr, als er das sieht. Unter der Kraftausstrahlung Prabhus weichen sie alle zur Seite. Eines Tages tritt Prabhu in Versunkenheit auf einen Tiger, der auf dem Pfade liegt. Prabhu sagt, Krishna, Krishna. Der Tiger steht auf, ruft, Krishna, Krishna und tanzt. Eines Tages badete Mahababu in einem Fluss, als ein Rudel wilder Elefanten kommt, um zu trinken. Prabhu badet und die Elefanten kommen zu ihm hin. Prabhu ruft, sagt Krishna und planscht Wasser auf sie. Und wer einen Tropfen Wasser abbekommt, ruft, Krishna, Krishna und tanzt in Brema. Bhattacharya, der es sieht, ist sehr erstaunt. Prabhu singt laut im Sankirtan auf dem Wege. Die Gazellen, welche die lieblichen Töne hören, kommen von rechts und links herbei und begleiten Prabhu. Prabhu streichelt sie und in Freude rezitiert er den Vers »Gesegnet sind wahrlich diese weiblichen Gazellen«. Da kommen gerade fünf bis sieben Tiger, sie schließen sich den weiblichen Gazellen an und folgen Prabhu. Als er das sah, stieg die Erinnerung an Vrindavan in ihm auf. Und er rezitierte einen Vers, der die Eigenschaften Vrindavans beschreibt. Der Aufenthalt des Unbesiegbaren, in Klammer Krishna, verursachte diese Liebe und entflohen waren von dort Hass und Gier. Bhagavatam 10.13.60 Prabhu rief »Sagt Krishna, Krishna« und Tiger und Gazellen fingen an »Krishna, Krishna« zu rufen. Die Tiger spielen und tanzen mit den Gazellen und Balabhadra Bhattacharya sieht das früher noch nie gesehene Schauspiel. Tiger und Gazellen umarmen einander und Schnauze an Schnauze küssen sie sich. Prabhu sieht das Unerhört Erstaunliche und lacht. Dann lässt er sie alle zurück und schreitet vorwärts. Die Pfauen und andere Vögel, die Prabhu sehen, kommen mit, rufen »Krishna« und tanzen wie verrückt. Prabhu ruft laut »Sagt Hari« und Bäume und Schlingpflanzen blühen auf, als sie seine Stimme hören. Alles, was sich bewegt und was unbeweglich steht im Walde, Charikanda, singt Krishna und ist trunken in Prema. Die Leute in allen Dörfern, durch die ihr kommt, erhalten Prema-Bakti. Und wenn jemand vom Munde eines dieser Dorfbewohner den Namen »Krishna« hört, dann sagt er selbst »Krishna«. Und andere, die es von ihm hören, tun es auch wieder. Alle sagen »Krishna«, »Hari«, tanzen, weinen, lachen. Und so wurden alle in der ganzen Gegend, die es gesehen und nicht gesehen hatten, zu Vaishnavas. Obwohl Prabhu beim Anblick von Menschenmassen Furcht hat, seinen Prema verheimlicht und nach außen nicht in Erscheinung bringt, so wurden dennoch durch die Macht seines Anblicks und dessen, was sie hörten, die Menschen aller dieser Länder zu Vaishnavas. Wenn er in Gauda, Ostbengalen, Orissa und im Südland umherwanderte, so verursachte er selbst die Rettung der Menschen. Die Leute, die er unter dem Vorwand, nach Matura zu gehen, in Charikanda draf, waren äußerst gottfern, zumeist Bilas, in Klammer Bil, eingeborene Stämme. Doch gab er ihnen den Namen Krishnas und Prema, und er rettete sie alle. Wer hat die Kraft, die geheimnisvolle Lila Chaitanyas zu verstehen? Wenn er einen Hain sieht, so meint er, es sei Rindavan. Und wenn er einen Berg sieht, der Guvardan. Bei jedem Fluss, den er sieht, meint er, es sei die Kalindi, Yamuna. Und Prabhu tanzt, in Prema versunken, fällt zur Erde und weint. Bad Acharya sammelt unterwegs wilden Spinat, Wurzeln und Früchte, alles, was er fand. In jedem Dorf, in dem sich Prabhu auffielt, kamen fünf bis sieben Brahmanen und luden ihn zum Essen ein. Der eine brachte Reis zu Bad Acharya, ein anderer Milch, Sauermilch und geschmolzene Butter. Wo keine Brahmanen sind, kommen edle Shudras und laden Bad Acharya ein. Bad Acharya kocht Waldgemüse und Prabhu freut sich sehr darüber. Sie baden dreimal täglich in warmen Quellen und am Morgen und Abend wärmen sie sich am Feuer, denn an Holz fehlt es nicht. Ununterbrochen in Prema versunken, gehen sie durch die Einsamkeit dahin und Prabhu ist sehr froh und sagt, Höre, Bad Acharya, ich bin in vielen Ländern gewandert, habe aber nirgends die Freude der Wanderung durch Wälder gehabt. Krishna erweist mir große Gnade und hat mir auf dem Wege durch den Wald viel Freude gegeben. Dann umarmte er Bad Acharya und sagte zu ihm, Durch deine Gnade, Prasad, habe ich so viel Freude erhalten. Dieser sagt, du bist Krishna, du bist voll erbarmender Liebe, ich bin ein niedriger Shiva und du bist voller Gnade, Daya, zu mir. Aus einer edlen Krähe hast du einen Garuda gemacht. Fusen unter 530 Garuda, König der Vögel, Vishnus, Reiztier Aus einer edlen Krähe hast du einen Garuda gemacht. Du bist der von niemandem abhängige Gott, Bhagavan selbst. Also preist ihn Bad Acharya und tut Dienst in Prema, sodass Prabhu sehr zufrieden ist. In großer Freude kam Prabhu nach Kashi. Fußnote 531 Kashi wörtlich Die ewig leuchtende Alter Name und seit kurzem wieder der Name der Stadt Benares Dort trifft Chaitanya die Bhaktas, Tapana Mishra und Chandra Shekara, die er früher nach Benares entsandt hatte und die ihm nun ehrfürchtig dienen. Er trifft auch Subodhi Rai, der einst Hussein Shah zur Königswürde in Bengalen verholfen hatte. Chaitanya Charit Amrita Mahjalila 17.102-215 17.105-146 In Benares berichtet ein Brahmane, dem Führer des dortigen Sannyasis, Prakash Ananda, staunend von Prabhus Wandel. Aus Jagannath Puri ist ein Sannyasi gekommen. Seine Macht und Größe kann ich nicht beschreiben. Alle heilvollen Kennzeichen Gottes sieht man an ihm. Es ist ganz erstaunlich, wenn man ihn sieht, weiß man, es ist Narayana. Und wer ihn sieht, tut Sankirtan Krishnas. Als er das hörte, lachte Prakash Ananda, verspottete den Brahmanen und sagte, Ich habe von einem Sannyasi in Gauda gehört, der ein sentimentaler Kerl ist, ein jünger Kesha-Vaparatis und ein irrer Führer der Leute. Er heißt Chaitanya und hat eine Menge von sentimentalem Volk mit sich, treibt sich von Land zu Land, von Dorf zu Dorf umher und macht die Leute tanzen. Wer ihn sieht, will ihn als Gott, den Herrn, erkennen. Das ist seine hypnotische Kraft. Wer ihn sieht, wird betört. Ich habe gehört, dass ein so großer Gelehrter wie Sarvabhoma Bhattacharya in der Gesellschaft Chaitanyas zum Narren geworden ist. Er ist nur dem Namen nach ein Sannyasi. In Wirklichkeit ist er ein Magier. In Kajipura, Benares, kann er seinen magischen Kram nicht verkaufen. Höre Vedanta und gehe nicht zu ihm, denn in Gesellschaft von disziplinlosen Leuten gehen beide Welten, die gegenwärtige und die künftige, verloren. Als der Brahmane das hörte, war er sehr traurig, sagte, Krishna, Krishna und stand auf und ging fort. Durch Prabhus Anblick war sein Geist lauter geworden und traurig geht er zu Prabhu und erzählt ihm alles. Als er das hörte, lachte Mahabrabhu ein wenig und schwieg. Da fragte ihn der Brahmane, ich ging zu ihm hin und sprach deinen Namen aus. Er kennt deinen Namen und sprach ihn selbst aus. Er tadelte dich, als er deinen Namen aussprach und sagte dreimal Chaitanya. Er sagte aber nicht dreimal Krishna. Er sprach den Namen mit Missachtung aus und das tut mir sehr weh. Sage mir aus Gnade, warum? Wenn ich dich sehe, sagt mein Mund, Krishna Hari. Prabhu belehrt ihn über den Namen Krishnas, der von Krishnas Gestalt und Krishnas Wesen und Krishnas Lila nicht verschieden ist. Krishnas Name ist durch die Sinne und durch den Verstand nicht erfassbar. Doch auf der Zunge von einem, der sich nach dem Dienen sehnt und nicht in seinen Augen, seinen Ohren, seinem Geist, leuchtet der Name von selbst auf. In Klammer Bhakti Ras Amrita Sindhu 1.2.234 Daher kommt der Name Krishna nicht in seinen Mund. Denn die Vertreter der Maya-Theorie sind alle in ganz hohem Maße, in Klammer, von dem persönlichen Gott abgewandt. Um meinen magischen Kram zu verkaufen, bin ich nach Kajipura gekommen. Es gibt keinen Abnehmer hier. Ohne zu verkaufen, muss ich ihn nach Hause mitnehmen. Wie soll ich die schwere Last wieder mitnehmen? Wenn ich auch nur eine Kleinigkeit dafür bekomme, werde ich ihn hier verkaufen. Damit nahm er den Brahmanen als sein Eigen an. Beim Morgengrauen stand Gora Hari auf und ging nach Matura.